Was? Ritter meinst du? Was ist damit? Richtig geil, Digga. Hast du die? Wie viel wirks hast du denn? Ich würd sie mir holen, Digga. Damals hab ich so richtig auf die gegeiert und dann hab ich sie nicht bekommen. Ach, Digga, ich würd mir Cappuccino machen. Soll ich mir schon ein Cappuccino machen oder soll ich ready machen? Okay. Warte, ich mach schon mal vor, ich tue schon mal vorbereiten. Warte doch, 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 warte kurz, ich bin weg. Warte, ich mach schon mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stabil. Heizt du schon? Niklas! Digga, sag doch, dass du feizt, Digga. Wenn du jetzt stirbst, ne? Ich sag's noch. Nee. Du hast gesagt, die landen hinten. Du hast gesagt, die landen... Du hast doch nicht mehr landen, die haben die Kassen. Huchst ihn auf die Weite, wuchst du weg? Hä? Alles haben doch Eile mitgekommen. Gibt's hier noch... Ah, da drüben. Da hat doch einfach beinahe, einer wunsch dich zu bleiben. Sind die in dem Haus da? Ah ja. Ah ja. Hä, wie konnt ihr denn mein Dings editen? Nee, das war meins. Da hab ich den... Da hab ich den 8-Layer hochgepusht. Pisser abbauen. Ah ja. So ne Pisser. Der wird jetzt auch auf Ehrenmann Basis gefinisht. Das war's. Äh, ja. Du spielst du? Äh. Du spielst du? Da, da, da geht rein. Das war's. Ah ja! Warum, Digga? Das ist doch Schungeln! Weil, das hat keiner gesehen. Aber denk aufs Knie, Mann, Digga! Uff! Aber schaut keiner zu, okay? Oh, Juli, du hast aber auch wirklich sehr, sehr viel in der Tasse, ne? Boah, Digga! Digga, meine Tasse mit Cappuccino, die ist grad halb voll oder so. Aber ich würd' mir so gern Lahnkabel holen, da würd' ich mich an meinen Schreibtisch hinten setzen. Lass doch einfach normal zocken, oder? Ich hab' mal den Spiel so nachgefordert, wo wir so Saubette gemacht haben. Digga, da hattest du einfach ein Einer-Pink. Lass' mal normal durchspielen, oder? Lass' mal erst mal ein paar Wormi-Wons machen und dann los' ich mich rein schwecken. Du spielst meine allerliebste Lieblingskombi, okay? Steh kurz, warte. Das hier ist meine Lieblingskombi mit Fußballerin, warte. Vor allem, ob du die auch magst. Aber ich spiel voll gerne diese Tussi hier mit der Spektralhacke. Ja, liebe ich. Ein Backpack? Keins. Ich hasse... Ich spiel bei keinem einzigen Skin ein Backpack. Ah ja. Nur noch zwei Herausforderungen, dann hab' ich den Battlepostings da. Ich auch. Hey, der kommt mit mir raus. Ja, ich weiß. Aber wir haben einfach Freitag erst... äh, Montag erst so schnell eine Auswahl. Echt? 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 Du hast dir die Ficke geholt, ja gar nicht. Du willst mit deinem Account spielen? Die Ficke ist so geil, Digga. Hm? Ich find' die auch nicht. Die Tanker hat, glaub ich, schon zu. Wo rein? Ich find' die Ficke ist so geil. 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 Wie kommst du? Hm? Nee, ich geh' zur Tanker. Ich geh' mal kurz meine Schwester fragen, ob die mir immer gut 10 Euro leid. Ich geh' auf alles, ich würd' das durchziehen. Und wie... Soll ich? Aber ich trau' mich nicht so spät dahin zu gehen, dann heißt das... Na, jetzt holen wir gestern ganz spät Abend an der Tagesstelle. Hm. Hm. 10, 10, warte kurz. Hm. Lass mich aufkommen. Hm, hm. Lass mich aufkommen. 10 Minuten. Und was hast du so für'n Ping, Niklas? Ich hab'n Nuller Ping, ja. Also, hatte grad' eben. Lasst' mal so ein chiefs, wenn du irgendeine andere fliehst. Was denn? was soll ich ob ich geld bekomme mh 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 Ich kann nur Bounce pensen. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Ey, komm mal runter. Was für Waffen? Durf ich die neue Pump, weil ich schlechter bin wie du? Bitte, Digga, ich bin viel schlechter wie du. Nee, dann ist er behindert, Digga. Ich bin so viel schlechter. Okay, wir spielen beide die normale. Dafür darf ich aber noch die SMG benutzen, oder? Bitte. Welche darf ich benutzen? Okay. Welche Sturmgewehr hast du? Hier, komm mal runter. Ich will das aber aufnehmen, warte. Was ist das was? Was ist das? In Fall zu. Ey, hör auf! Mach hier auf. Digga, was machst du denn? Mach doch einfach, Digga. Ey, ich hab fettige Finger. Ich hab fettige Finger. Ich hab fettige Finger. Fett Finger. Ja, war doch nicht mit Finger, oder? Ja, wahrscheinlich ist du nur mit Bolognese mit Finger. Ja. Ich geh jetzt bei... Ich geh... Ich geh! Ich hab nicht, was ich jetzt mache. Ich geh jetzt gleich in andere Livestreams battlen, dass die bei mir in Livestream kommen. Oder nach einem Rave battlen, oder so. Mach ich gleich in anderen Livestreams. Ich bin eh alleine zu Hause, dann kann ich jederzeit das Internet neu starten. Ich komm gar nicht zum Schießen, weil ich so... Ich kann nicht zielen. Ich kann nicht anvisieren. Meine Dicks sind zu fettig. Können wir gleich mal Solo-Kill-Duell machen, in dem wir in verschiedene Solo-Runden beschreiben wir wieder auf, so wie wir mal gemacht haben. Ja, da muss ich mir aber jetzt die Finger waschen gehen. Ah, ja. Das muss man AK-Battle jetzt machen, komm. Oh mein Gott, wir gucken, wer die ersten Headshots läuft. Oh, der hat ein Infanteriegewehr. Wahrscheinlich, Digga. Ich seh dich nicht mal pieken, bei mir piekst du nicht mal. Du bist ein Hacker. Oh, ich wollt grad pushen mit Pyramiden, aber hier geht der gar nicht. Ah, ja. Da bist du schon mal minus 70. Hä? Wie kannst du die Treppe kaputt schießen, ohne die Wand davor zu treffen? Was ist denn das für Hacker? Hä? Gib mir halt direkt einen Headshot. Hallo! Muss doch auch mal gut sein, Digga. Digga, da bist ja hier. Geil. Hä? Wie viel Leben hattest du? 1 HP war ich. Ja! Guck! Guck! Ich steh mal vor, du hättest mir so einen Nuller-Hit gegeben, Digga. Ich hätt' dich so ausgelacht. Ich habe mich da... Du bist nicht der Geil. Ich hatte einen Punkt. Oh, du bist nicht der Weg. Wie so pur... ...p... ...plala... ...p... ...Pla... 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 Das kann ich mir keiner erzählen. Keine Ahnung. Ah, Digga. Hä, wieso hab ich 100 Leben? Ich hatte grad noch irgendwas mit 90 oder so. Jetzt hab ich auch immer 100, Digga. Was ist denn da? Ich hasse nicht. Die goldene. Nein, die hier hab ich. Ihr könnt mir einen Tag mal Account tauschen, ich würde dann die Spitze mal ausprobieren. Wär richtig nice. So, können wir einen Tag mal wieder? Joa. Töte mich mal, ich hab ein 100. Ah, Laser. Oh, ich dachte grad, ich töte dich auch noch. Ist der Dunkler, weil ich dich auch noch getöten hätte. Ey, in meiner 17er-Bomb, weiß nicht, ob du die auf YouTube angeschaut hast. In meiner 17er-Bomb, da war so einer, da war so ein Typ und wir haben uns einfach gleichzeitig gesnipet. Ich geb den 215er, er gibt mir den 105er. Hä, wollen wir gleich mal Elite-Agentin-Duo spielen? Wissen Sie? Let's go. Nix so. Ey, meine Finger hab ich immer noch nicht gewaschen, fällt mir grad ein. Hä, Digga! War das gerade meine Führerschein? Ne, es war deine. Schade. Hab ich gesehen. Digga. Hä? Wieso kann ich da nicht bauen? Ach, ist das schön, mal wieder so auszurasten. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich fall natürlich runter. Ich kann nicht editen, ich kann nicht editen. Wieso hat meine Edi-Taste nicht funktioniert? Hä? Wieso ist das deine Pyramide? Hä? Uff, Digga. Und ich denke mir nur... Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin so ein Geronimo. Ich kann nicht editen. Ich konnte nicht editen. Nur 10 hast du. Ich kann mich nicht schütteln, wenn sie auch so denken, was geht bei denen da unten ab. Und ich denke mir nur... Oh, was ist passiert? Ich werde es jetzt auch mal machen. Ich werde es auch mal editen. Nein, ich spiele ohne den Traps. Du sollst auch ohne den Traps spielen. Ich hasse das. Ich hasse das. Ja. Guck mal, kennst du dieses? Kennst du dieses? Du machst oben alle drei weg und dann machst du so. Kennst du dieses? Mach doch mal hier. So. Ich bin das erste Mal seit... ...drei Games auch mal um. Ja, Ausreden. Bist du jetzt schon wie... Hallo! Hallo! Achtung, Kontrolle! Achtung, Kontrolle! Hallo! Tauere mich nicht! Nein! Nein! Wollt ihr schon immer mal ein Sniper-Battle machen? Weiß ich nicht. Nicht mein Problem. Jetzt schiebst du mich gleich runter. Könnte ich wetten. Ah ja, da hat er keine Elben. Oh! Da kann er nicht... Da kann er nicht! Da wurde eine Pyramide nicht gleichzeitig aufessen. Ausreden. Ah ja, ich gehe jetzt mal bei YouTuber Battle. über youtube kennst du ja annalena weil ich keinen bock mehr hab du kennst ja annalena die war gerade live auf insta die ist immer noch live soll ich mal laut machen oder nicht mach mal laut ja so heiße ich willst du alleine auf der insel wohnen oder mit auch mit jemanden naja du musst selber du musst sagen mit wem du auf der insel wohnst ich nehme dich mit ich nehm dich hörst du ne glas ich schreib einfach mal null drunter wir haben vier zuschauer da ist schnett selber vier die bekommt erstmal von mir wieder ein bisschen leicht papa ey soll ich die mal anrufen wir haben uns schon abgemacht das vier zurohr warte 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 ich ruf dir mal kontakte an und denk nicht in den stream rein und dann hat sie sich doppelt chill ich hab die nummer nicht mehr ich ruf über instagram an ich ruf über instagram an ich ruf über instagram an warte ich ruf über instagram an was weiß ich nicht ja bestimmt ich ruf jetzt mal an hä wie kann man anrufen ging das nicht mal irgendwie haben wir kann man die nicht melden blockieren stumm schalten was Was? Nee, wieso? Ja, warte mal. Ja, frag mal, ob du Annalena's Nummer bekommst und dann schickst du mir WhatsApp, okay? Ich guide in der Zeit bei YouTubern. Flugzeug wird ja bei Season 8 rausgenommen, ne? Welche Gruppe? Oh, Jonas ist online, uh! Mit dem wollte ich halt eigentlich Winstrick machen. Wenn ja, dann schick mir die, ne, wenn du die dann hast. Ich lade den mal ein. Sehr, sehr wichtig. Damit wir dies ein bisschen... Ha! Oh mein Gott, Digga, Jonas, komm mal rein, Digga! Ja, ähm... Ähm... Ah, kacke! So, warte, warte. So, jetzt aber, jetzt muss er reinkommen. Ich weiß auch, ich weiß auch. Hoffentlich. So, komm mal rein, Bro! Bro, komm rein, Bro! Bitte, 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 bitte! Damit wir ihm sagen... Dann kann ich... Soll ich die Anonymen denn anrufen, wenn ich die Nummer hab? Ja! Ja! Digga! Jonas, 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 Jonas! Sorry, sorry! Jonas? Jonas? Servus! Sag mal kurz ruhig, Niklas! Ach, Digga! Jonas? Hast du Annalenas Nummer? Kannst du mir die mal WhatsApp schicken? Wir wollen die Anonymen anrufen und dabei ihr Instagram Livestream gucken. Und so ihre Reaktion und so mal. Kannst du mir die mal schicken? WhatsApp? Dann nenn die jetzt mal nach, oder? Oh, Digga! Dann... So was, die irgendwie war Zampan? 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 War... Einfach dein Maul! Warst du wirklich... Jonas, warst du wirklich Zampan? Halt... Halt es eure Maul! Nein, sag mal... Nein! Nein, sag mal wirklich ehrlich! Jetzt komm! Jawohl! Was wirkt'n wen denn? Halt dein Maul! Ich hör'n Lachen! Ich... Ich schwör', ich lach'n nicht! Ich geb's sogar selber zu! Ich war selber letztens beim Zampan! Ah! Ich hab' jetzt... Ey, Digga, war ich heute... Ich war... Ne, ich war jetzt... Ich war jetzt... Ich war jetzt zwölf Jahre oder so hintereinander bei diesem Zampan-Ding dabei. Ähm... Denn heute war dieses Fasching-Dings da. Wo die ganze Zeug bekommen haben und so. Diese so ne kleine Feier halt und so. Und dann hab' ich... Dann hab' ich erst mal 40 Euro Expert-Gutschein bekommen, Digga, auf Nass. Hätt' ja auch PSN sein können, hätt' ich ohneste dagegen. Schick' jetzt mal WhatsApp-Nummer. Mach' mal schneller. 400er Ping! Ich hab'n Nuller Ping! Ich hab'n Nuller Ping! Ja, das hier schreibt... Das hier schreibt... Das hier hat geschrieben, nie erwarten. Ich schick' sie, schick' sie. Ja, Digga, dann schick' mir auch... Nur dafür brauchst du nicht unbedingt. Das selten nicht... Digga, schick' die denn, okay? Ich würde den auch Instagram gleichzeitig... Ich lade ihn jetzt in die Party ein. Warum? Weil er mich eingeladen hat. Ich lad' ihn jetzt nicht ein, Digga. Warte, ich mach' kurz die Party auf 4. Ich lade ihn ein, Digga, weil ich Ehrenmann bin. Hä? Wieso, wieso... Grad konnte ich noch Spiele einladen? Wieso bin... Hä? War ich nicht Party-Admin? Ja, bist du... Nein? Ich kann nur Spieler vorschlagen. Achso, ne, das war von Niklas. Niklas hatte, glaub' ich, einen vorgeschlagen. Ah ja, so, jetzt hab' ich ihn jetzt eingeladen. Wir können auch einfach Squad-Dude machen. Du, Squad-Man, nicht so rum. Ey, kennst du Junaldo? Wer? Der ist behindert. Der ist behindert. Der ist behindert. Jonas, gib' dich... Schick, 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 schick! Äh... Äh... Ja, du hatt' mir... einen neuen... Jonas? Schick' mir die Nummer! Schick' mir einfach nur die Nummer! Kopier' das! Drück' länger drauf, dann auf Kopieren irgendwie, und dann schick' mir WhatsApp. Dann ruf'... Dann speicher' ich die schnell ein. Ja, dann mach'... Oh, Ehre! Dankeschön! Warte, ich speicher' die auch ein. Ja? 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 Das ist so, oder? Jo? Zuleinung? Der ist behindert. Ja? Ja? Ja, läuft doch bei ihm. Nee, magst du den? Ich spiel' nicht mit oben und hab' die. Jetzt seh' ich mal ganz ruhig, sag' mal ganz ruhig. Ich mach' lautsprechert, chill. Ich ruf' jetzt an und niemann. Der ruhig, sag' ruhig, sag' ruhig. Ich schau' Instagram noch. Ich schau' Instagram noch. Mina nicht. Mina ist ja genauso klein. Ich mal' Mina auch noch auf die Insel. Mach das. Also... Drei Personen. Die guckt Instagram, aber da geht nicht grad' ans Telefon. Sie verlassen sie in der Nachricht nach dem Signal zu. Lebt die überhaupt noch? Hä? Digga, sie wurde grad angerufen. Sie wurde angerufen. Sie hat das nicht gemerkt, ne? Weiß ja nicht. Also acht Personen kamen noch auf die Insel. Soll ich mal Lucy an und niemann? Ey, Mama, ey, Mama! Soll ich mal Lucy an und niemann? Nein! Nein! Jonas! 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 Ich hab' grad Annalena angerufen. Ich hab' grad Annalena angerufen und gleichzeitig... Hör' mal auf mit Musik, Digga! Annalena angerufen und gleichzeitig so ihr Stream geguckt auf Insta. Mach' mal Musik aus, bitte! Und dann, ne? Und dann hört man nur so... Dann hört man dieses Piepen, hört man bei mir. Bei ihr hört man das Piepen nicht. Und dann kommt so bei ihr so... Bitte, dann lassen sie eine Nachricht nach dem Signalton. Piep! Ich ruf' nur mal an, chill kurz. So, jetzt geh' mal kurz auf Instagram. Oh Mann, ich wollte die Brille mal, du machst so 200 Punkte. Willkommen bei blau. Guck dir das doch mal an. Jetzt kommt bei ihr... Bitte... Ey, willkommen, bleib blau. Bitte, dann lassen sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo? Hallo? Nachricht gesendet. Ah nein! Oh mein Gott! Das war mein Handy! 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 Scheiße, Digga! Ich hab renn... Ah! Kacke! Ich hab renn... Ah! Ich hab renn... Ah! Kacke! Mal ich mal! Oh! Aber nicht bei Alena! Ne, ich war Alena! Ne, ich war Alena! Uff! Ich hab mir Alena! Das war mir Alena! Ich hab mir Alena! Jetzt?! Ne, äh... Niklas, geh mal ins Telefon. Niklas, geh mal ins Telefon. Und was geht's denn überhaupt? Hallo? 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 Hallo, hallo, hallo! ich schlage ein paar nummern vor und ihm ist sagen ob ich gerne dem anrufen soll oder nicht okay blubber jonas okay darf ich lieber schon aus meiner alten klasse anrufen aber ihr müsst mit jonas ja so ruhig hat er ist richtig gewinnt gewonnen nicht deine schwester ne der wurde von teilnehmer ist leider nicht erreichbar soll man mehr anrufen habt ihr angerufen chill noch lautsprecher ich denke mir nur ich denke mir nur ich denke mir nur ich denke mir nur ich bin jetzt ist sie so bei die ende digga wieso kommt bei jedem willkommen bei blau echt soll ich mal so ich mal so ich mal Veronique anrufen soll ich Elaine anrufen soll ich mal den Gangster Aussie anrufen ich habe Oskar als Gangster Aussie eingespeichert Niklas mit einem Smiley dahinter mit einem Doppelpunkt Doppelpunkt und Klammer habe ich nicht Digga wofür haben die alle ihre Handys Digga ich werde ich schwör ich kriege so am Ende so zehn wieder verpasste anrufe sind so werde ich einfach so was wir ihr habt ihr irgendwie auch Book of TTT ich kann das spielen nein Digga bitte nicht ich kann das spielen ich möchte das auch nicht können bitte so ich bin jetzt bei irgendjemand reingejoint bei wem bin ich reingejoint also ich kann wieso kann ich nicht gucken ah dankeschön ey Jonas ich habe das Bild als Hintergrundbild genommen das was wir gemacht hatten den Screenshot ehre soll ich mal Julian anonym anrufen soll ich mal Julian ihr kennt doch ihr kennt doch ihr kennt doch bestimmt den Ort Burg oder soll ich ey seh mal ruhig seh mal ruhig hör mal zu ihr kennt doch bestimmt den Ort Burg ne ich kenne eine Lehrerin und habe von der die Nummer geklärt wer aus Burg die ist die wurde Burg ja aber die heißt aber die heißt Kerstin aber die heißt Kerstin soll ich Lienden anrufen ja ganz geil der macht das immer Depp Digga wie findest du die Niklas? 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 scheiße halt die Fresse sag mal meine Mutter anonym anrufen ja hier ist ihr zukünftiger Mann klär mal klär mal von der die Mutter äh die Nummer von wem? von deiner Mutter ich hab doch ihre Nummer ja aber die ist jetzt zuhause alle Germany 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 nein ich spiel Polen 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 ist geiles Trikot Digga soll ich mal meine Oma anrufen? soll ich mal meine Uroma anrufen? soll ich mal Niklas anrufen? soll ich mal Niklas anrufen? hab ich schon gemacht soll ich mal Niklas wie hab äh äh Jonas ich hab nicht mitgespielt schlecht ich hab nicht mitgespielt ich hab nicht mitgespielt Jonas wie war das Ergebnis? 7-0 verloren Jonas soll ich mal 7-0 ach du heilige Scheiße Ding ich hab doch gespielt ruf mal Kolen an Niklas ruf mal Kolen an welchen Kolen meint ihr? Galuschka ist das der aus Niklas in der Klasse? äh äh doch ist er doch mhm parallel achso ist das ist das dieser Lockenkopf warte mal soll ich mal soll ich mal soll ich mal soll ich mal den soll ich mal den Niklas ey Jonas Jonas soll ich mal Thomas anrufen? haha soll ich mir mal Thomas klären? warte gar da muss ich groß ich hab bereit schon seit Ewigkeiten sei mal ruhig sei ruhig ich rufe jetzt die Giraffe an wird gewählt ah jetzt kommt das Piep rufst du Payne an wenn du eine Giraffe sagst? ne ich mein Patrice falls ihr den kennt welchen ist denn meine Klasse? ihr gesprächst? ne der der in Lübenau wohnt der da bei der wohnt hinten bei erste Grundschule da in der Nähe da irgendwo im Block dün 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 warum freu dich freu mich dir soll ich mal den Leonhard aus meiner alten Klasse anrufen? also ich glaub ich war's nicht Jonas du hör uns sicher ey Jonas sag mal eure Festsetznummer ich will mal ein bisschen mit deiner Mutter callen mit der Susi was? mit der Susi mit der Susi mit der Susi was 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 halt ey Bro Bro wir sind allein zuhause soll ich mir mal Pizza bestellen? ich war so hallo? ich will Pizza Pizza ey ruf den mal an ruf den mal an wen soll ich anrufen? Pizza und den was soll ich was soll ich sagen? ich verarsch den was soll ich sagen? ich weiß auch 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 wir waren zu Botheidestelle wir waren mal zu Botheidestelle und wir waren nur mit Felix und Tyron da und da hat Felix oder eine ne war Tyron hat Tyron an der Tankstelle angerufen und hat gefragt ob man da Kondome kaufen kann ey na Jamie hast du das schonmal angerufen? Jamie hast du das schonmal angerufen? Wurde? Wurde? Ja? Hallo Pizza und hast du über dein Handy bestellt? ne? bei mir sind Enemies? ich geh jetzt immer wenn er alleine ist echt? jetzt in der Party ist man so er sagt so seid immer leise und dann ist sie tschüss tschüss und da so Willkommen bei Domi Grande oui wir sind da bitte schnapp oh aah bei mir gehen Farm ToyHard weiß ich nicht er hat mich einfach Helstlich und Plسب daher Ich geh looten! Wenn Nies immer alleine zu Hause ist, bestellt er sich immer, ja? Ey, einer kriegt richtig fette Hits und nicht bei euch. Jetzt richtig fette Hits kassiert. Ja, der was ist. Ey, bros, bros, ich bin jetzt mal ehrlich, ich mache jetzt auch mal so eine Real-Talk-Story. Ich muss die ganze Zeit frotzen, Digga. Ich staune, dass man das nicht im Headset hört. Ey, da ist keiner hinten drüber! Gönn doch, Niklas, oder wer da rum ist! Ah! Warte, unten! Man, immer zügig, wenn sie mich wegliegen, wenn sie so nicht passen. Man, immer zügig, wenn sie mich wegliegen, wenn sie so nicht passen. Ich hab ihn, hab ihn! Oh, das ist so ein Trial-Hard mit mir, die neid sich flext. Oh, der war, glaub'n, so war knappkapper. Oh, jetzt machst du nicht mein Krill! Ja, ich hab's gefehlt. Ey, da findet man es bei Ruhe, okay, also unsere erste Seite... Gegner, Leute! Boll, ich hab's gefehlt, ich hab's gefehlt! Ich hab's gefehlt, ich hab's gefehlt! Ja. Hast du das denn gesehen? Ja. Oh mein Gott, die haben A-Bot! Einer ist extrem One-Shot, Digga! Jonas, ich rette dich, chill! Da ist einer von! Ja, Moin, ich bin schluck dir! Echt so, Digga! Boll, Digga! Boah, Digga! Die sind alle so! Eieiei, Angelruation, meinst du? Guck mal, der 1 oder 2, 3, 4, jetzt 65! Boah, die geht ja! Digga, klär mal ein paar, Digga, ich hab so... Ich hab 100 nummern letztes mal gelöscht, Digga! Ey, Niklas, ruf mal bei Hallo Pitzerin und sag so, ja... soll ich euch die hallo pizza nummer schicken die hallo pizza nummer schicken die frage ob du kondome bekommst weil du letztes gefickt hast und so etwas so ein kind bekommen du wolltest eigentlich nur so ein bisschen ficken so weißt du auf diesen du willst eigentlich gar kein kind bekommen sondern nur den spaß haben mein kaputt mein kaputt mein kaputt mein cappuccino ist kalt hat mich schon abgefeiert alles durch die nase auf die ich kann nicht mal ich will mir die nase schnauben warte guck ich brauche ein tuch ja ja scheiße das kann ich nicht ich würde runter gehen nein niklas niklas sag mal so hallo wollen sie Spaß haben dann komm auf meine Seite ich hab grad ich hab grad keine Taschentüge jetzt außer hab ich mir echt mal so ey mama leiser ey mama leiser ey mama leiser soll ich mal jemand soll ich mal jemanden anrufen und über meine box abspielen lassen warte wo ist mein handy ey Digga ich hab alles voll gekotzt durch meine nase mit dem cappuccino jetzt finde ich mein handy nicht mehr das ist weg Entschuldi hä ich bin doch gar nicht so weit gelaufen hast du es gefunden ich hab kein klingelton an 250 ich hab 10 Nils der Rett in die Welt suchen Nils der Rett in die Welt suchen ich krieg bald 40er PSN jaja ich hab 40er X-Ped ey von wem jetzt von wem jetzt hey ich hab doch mal gewohnt Karch lecker 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 warte kurz ich versuch mich mal jemand an warte hör mal das geilste Lied einfach mach ich mal kurz erst einmal ja ey alles kam durch die Nase ne alles kam durch die Nase alles ist nass Niklas jetzt ruf doch mal bei Hallo für Zeit ich schick dir chill ich schick dir ich schick dir ich schick dir ich schick dir oh mein Gott ich hab Musik an ich hab die Musik an und ich dachte meine Mutter ruft ich hab so Geschrei in der Musik und ich dachte so Jamie was hast du da für Musik an Irm ach so ja dann mach du du musst Dominos Telefonnummer eingeben wie soll ich ihn an wie soll ich ihn anrufen Niklas und dann sag mal so mach mal so das mit Halt Stopp und dann sag mal so komm auf meine Seite da kriegen da kriegst du ey seh mal ruhig seh mal ruhig hör mal hör mal hör mal hör mal hör mal hör mal seh mal ruhig ich hab meine Alena eins Papa Mann geh raus das ist Paradise das ist Paradise Mann jetzt geh bis wir laufen Mann jetzt geh bis wir laufen ah ne wittles 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 Mann wie geh in Ruhe oder so und setz dich jetzt nicht in mein Zimmer und guck ihr Fernsehen was läuft bei dir wen soll ich wen soll ich anrufen ich ruf Julian an ich ruf nein nein ich ruf Julian an oh mein Gott ist denn zwei Launas nebeneinander zwei Launas nebeneinander zwei Launas nebeneinander wo die sind gleich alle geiern Alter wieso eine eine Jonas Jonas die waren ja bei diesen die waren ja bei diesem die waren ja bei diesem Konzert oder bei diesem Theater ne bei diesem Theater Jonas ne und da und da und da haben die welcher denn welcher denn welcher denn ich auch nicht Apokalyptopampus drin hä ist das ein Bewerber du kommst dir zu Renning wir müssen auskaufen ich komme boah ich hab den Cappuccino noch ich hab den Cappuccino noch in der Nase zwei immer vier alle anderen jetzt der ist es jetzt mal eine erste Das ist mein Skin! Der soll die Finger von meinem Skin lassen, die Schwuchtel. Ja, aber der hat einen schwarzen Ritter. Ja, trotzdem ist das mein Skin. Ich mach die Euro, schnapp die Dallers, heute labert und die scharfe Ballert. So, Alter, war nie anders. Von die Schritten fattet wie der Tochter, viele Therapieler wieder locker. Nach der Nase bin ich wie Roboter, die Schlappen werden nach dem Whisky locker. Ich mach Schotter, nur noch Windows-Shopper. Und schreckt die Blogger, weil die Leute die Shopper. Schreckt die Blogger, schreckt die Blogger mit Kühner. Der Blog vernebt und die Wiese lecker. Alle Blicke sind auf diesen Rapper. Garso, über ein halbes Setz. Was ist passiert? Was ist passiert? Garso ist schon wieder trufft und attackiert. In jedem zweiten Tag. Hast du gerufen, Jolin? Ja. 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 Ja, find ich auch richtig. Ja. Digger, meine Schwester brüllt mich so an wie noch nie. Die Musik war zu laut, hat sie gesagt. Herr muss mal in ihr Zimmer gehen und die Musik richtig auch laut machen. Ja. Warum? Warum? Jamie, sieht man dein Bild? Welches Bild? Digger, kann mal einer nach dem anderen reden? Ja. So, Nils fängt an. Nils fang an. Mein was? King Roshi. So, Jonas, was wolltest du jetzt? Die Runde fängt gerade an. Ja, okay. Jonas, was wolltest du? Ja, was machen wir? Du, Squad. Wer? Jonas, was wolltest du? Wer? Ja. Hallo. Wer mit wem? Leute. Achso, ich und Niklas. Wir gehen Rennstrecke. So, und was wollte... Und Nils, was war mit dir? Nils, was war mit dir? Mach mal, Kiro hat Niklas. Nils, was war mit dir? Was hattest du gefragt? So, ich und Niklas. Ey, mach mal Stream aus, bitte. Bitte. Bitte, mach nicht den Anti, Digga. Echt nicht? Mach keiner. Digga, du keine blauen Kampfer, bitte. Digga, der hätte die nicht gesehen. Der hätte die nicht gesehen. Ja, du bist doch so dumm und sagst das. Ecke. Mein Name, Nils. Ecke. Oh, Heavy Sniper. Gib mir einen Mini. Du hast doch schon einen Mini. Halt's Maul, Digga. Ach nein. Stimmt, 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 stimmt. Du hast ja ein Ding. Ich hab gar nichts, Niklas, Digga. Wenn du ne Paka siehst, krieg ich die. Du hast gar nichts. Du hast gar nichts. Ne, wieso? In der Hose hast du gar nichts, ja. In der Hose hab ich mehr wie du, ja? Mein Lieber Maul, Nils. Nee. Komm, komm zu mir. Ey, Jonas, Gegner, Gegner, Gegner. Hab ich angehittet, hab mich angehittet. Wo? Try harder, weiß ich nicht. Osten. Westen, Norden, Süden. Niklas, können wir Dachbiege gehen? Westen, Norden, Süden? Niklas, können wir Dachbiege gehen? Westen, Norden, Süden. Ja, Medikit und, ähm, Bandages. Weine, wo die Wichter sind. Nein, nicht, das ist mir egal, ob ich sterbe oder nicht. Egal, ich hab auch keine... Ja, kannst du mir die bringen, Jonas? Mann, bischer, blöd, Mann. Niklas, komm mal jetzt. Ich hab keine Weapons, die. Ich hab nur stumm, ich hab nur rau, stumm, über und grau, als im Dich. Karo, ich hol ihn wieder Tuf und Attraktier. In jedem Tag. Ja, hier waren aber Gegner. Ja, Alter, seid zufrieden mit deinem Setup? Ja, aber es bringt ja nichts hier rein, weil ich hab nur... oder? Ja. Was? Was? Wo denn? Wirklich? Hat der ne Pumpgun für mich? Karo ist schon wieder Tuf und Attraktier. Bin jeden zweiten Tag ins Schuh. Nee, nicht ins Schuh. Hat der ne Pumpgun? Bin jeden zweiten Tag im Eis. Gegner, Gegner, Gegner. Wo seid ihr auch da? Oh! Oh! Klipp das! Klipp das! Nee, das ist Muschel. Wo liegt der denn hier drin? Ja, denkst du, die will ich? Ey! Mann, Ratte! Kommst du mit Seilband nach Dings? Oh, Ehre! Nein, komm unten, komm unten, komm unten! Hier unten waren welche, hab ich überhaupt die noch da sind. Ich hab nur 400 Volt und 300. Ich hab auch schon mit dir, ich hab hier 161 geloppt. Wow, ich lopste es mir wieder runter. Du bist so ne Legende. Ja, oder? Ich hab grad die Snipe gemacht. Ich bin ne richtige Legende. Nein, kann ich nicht. Alter! Klipp das! Einer aus dem Flugzeug ist neu. Klipp das! Ich hab keine Pumpkin, Digga! Ich pusch du! Ich hab den ein... links hier im Headshot. Das willst du? Danke! Komm mit! Mann, Morita! Pest dich aus meinem Zimmer, bitte! Du ringst so auf! Jetzt geh! Ah, ja! Digga, Nick, ich hab keine Pumpkin, ich sagte, du sollst nicht pushen, du push erst mal bitte! Mann, Niklas! Soll ich auch mitkommen? Dann lass das... Okay. Okay, ich geh da runter. Ja, lass... Lass Miete, da ist richtig Action. Miete ist richtig Action. Oder du bleibst leise. Hier, guck mal, der eine törtelt sich, der eine törtelt sich, lass den Pusen hier. Bei mir. Ja, Digga! Sauber! Ja, Digga! Ist er auch oben? Ist er noch... Oben sind noch welche? Sind noch welche Gegner? Sind noch welche Gegner? Über die sind noch welche? Oh mein Gott! Niklas! Was ist denn Dreckigab? Pisser! Der hat locker nur aufs Leben gegeiert. Oh mein Gott! Wo hat man da hin? 30... Oh mein Digga, das kann doch nicht wahr sein, Niklas! Was tust du denn, Digga? Digga... Behindert... ...Alter... ...so unnötig... Ich geh' woanders Stümmer einen Geiern länger. Niklas, wir haben gewonnen... ...Ratte, wir haben gewonnen. Oh, Alter, ich hab' richtig nach Schüttel! Oh, der ist verdammt. Herr Herr, Lul! doch jetzt jetzt hast du es gesucht Uw, da hab ich genau so gut geplant, weil ich genau hier unter sitze. Dann spiel ich über Daten. Oh Shiiiit! Dann hol ich mir ein Stromaggregator. Au! Die kannst du dir nicht mehr leisten, Jonas. Was? Du Außenseiter. Was für Außenseiter? Geh raus! Mann, Moritz, geh! Mann, Moritz, komm her! Komm her! Ich schwör, komm her! Ich geb dir Bombe! Komm her! Oh mein Gott! Wir machen jetzt Solo-Squad! Wir machen jetzt Solo-Squad! Solo-Squad! Easy, zu gehen! Kasu ist schon wieder trug und adaptiert. Bin neben dem zweiten Tag und siehst! Anmut, sei es leise, bitte! Rattern, du echt nicht? Nils, wann springst du was? Nils, wo gehst du hin? Hä? Wo gehst du hin, Nils? Hä? Dein Strecker. Aha. Hä? Hä? Wah! Hey, ey, siehst du hier? Siehst du hier was, was war? Ich hab nix gesehen, bei mir war bis Ende der Ladebildschirm und ich bin erst... Da, wo der Bus am Ende war, da hab ich erst gesehen, wo wir sind. Das war bei Paolo letztens auch so. Danke, Epic Games! Danke dafür! Oh, Digga! Ah, ja! Das war's! Ne, ne, wir sind schon. Ne, weil ich grad'n Pumschuss einfach so verschossen hab. Ja, ich hab's schon... Ah, ja, da kommt ne goldene Diegel. Ey, mich putscht ein ganzer Scorso! Auf Polar Peak! Mann, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, wirklich. Komm jetzt auch ein Squad! Jonas, komm mir mal zu! Ja, wenn ich die scheiß PS hier mal laden würde! Ey! Das will ich nicht. Ah, ja! Ja! Mach doch nicht so ein Auge! Ja! So, Korsi, jetzt guck ich dir zu! Ja, bei mir war grad grad ein ganzes Squad. Wo die jetzt hin sind, weiß ich nicht mehr. Warum guck ich dir da nicht an den Fuß? Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie! Die gehörst du, Jonas? Nein! Die sind über mir! Lädi! Eier! Oh mein Gott! Hä? Hast du denn die Kalkum auch? Nein, 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 aber ich hab's gehört, ja, ja, aber... Hast du hier ein Headshot? Headshot, alles noch. 95er! 95er! Digger, wie kann der mal so schnell mit der... Ey, hast du gesehen, wie der mit Attack geschossen hat? Boom, boom! Hast du gesehen, Jonas? Ja, boom, 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 boom! Nein, wach mich fest! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Nein! Hä? Hast du uns gesehen, Ratte? Ich will noch kurz weg. Jetzt gucken wir mal den Noob zu. Das war's nicht für okay. Das war's nicht für so lang, dann sehe ich mir... Ich Depois tビ, ich machen nochmal bis die predomingen Film, aber ich bin leichter. Das ist eigentlich ein Rekord. Oh, wie geil, Gummibärm mit Chips zusammen. Oh, wie hat es gefühlt? Oh, ja, 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 ich spiel den Biet. Oh, ja, ich spiel den Biet. Oh, ja, ich spiel den Biet. Ja, ich spiel den Biet. Ich hätte gelacht, wenn ich den jetzt nicht bekomme hätte. Oh, ja, ich spiel den Biet. Oh, ja, ich spiel den Biet. Ist gut, Digga, Niklas muss ich konzentrieren. Ah ja, das ist die Tennisbrauen. Das ist mein Skin. Das ist mein Skin. Digga, du lenkst ja richtig mit dir. Da sind meine Trader-Skills. Ich hab auch einen Kill. Was gibt's denn noch so für deine Lieder? Hm. Hm. Stocke. Hm. Gib ihm. Oh, ja, Jonas. Hm. Mach mal Prinzesse an. Was? Mach mal Prinzesse an. Nee, warte. Ich hab viel Bock auf Public. Ich hab Bock auf geile Public-Runden, aber nicht auf scheiß Public-Runden wie gerade hier. Wollen wir nicht alle zusammen nochmal Team spielen? Das ist so inkompetent. Wir waren in der Schule. Wir waren in der Schule. Wir waren in der Schule. Und dann so Scheidungsgrund-Inkompetent. Guck mal, Nils. Nils, bist doch da. Nils. 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 Was? Ach so, ich hab mich die ganze Zeit, ich hab mich die ganze Zeit gestimmt und hab mein Headset gestiegen, weil du mich nicht gehört hast. Nee, da verdiene ich nur. Ich würd auch gern voll gern Public-Spiel, aber dass wir alle zusammen spielen. Nils. 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 Ich würd so gern TTT spielen. Nils. 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 Lass mal alle Public spielen und Nils. Guck mal. Spiel mal. Spiel mal den Skin, den ich hab. Die Schweiz ist das, glaub ich. Und dann ohne Backpacken mit der Spitztacke hier. Guck. Guckst du? Die ist voll geil, der. Hab ich nicht. Hey Nils, die hast du. Ich hab Bock auf TTT. TTT ist Kacke. Ja. Nö. Ich hatte halt schon ein bisschen Bock auf TTT. Ihr auch? Außer Jamie. Ich hätte, ich hätte Bock, ich hätte mehr Bock, so entweder Public oder auf so ne, so ne Map, wo überall richtig viel Kreppel rumsteht, wo man denn ne zwei, drei Waffen hat oder so. Was machen wir jetzt noch? Dann machen wir mal Musik aus. Ja, warte mal, ich kann nicht reden, wenn jetzt die Musik nicht ausmacht. Das ist super, super. Und ich hab die Musik gar nicht anhand. So, Nigga, entweder hab ich Bock auf Public oder auf so ne kreativen Modusmap, wo ganz viel Krempel rumsteht, wo man zwei, drei Waffen hat und so halt Fights macht. Niklas, da musst du mitsingen. Hey, lass doch alle gehen alle machen. Niklas, da musst du mitsingen. Wer ist denn Bass-TV? Ich mach Ready. Moin! Wo gibt's so ne Maps? Nee, da verlier ich immer. Ja, ich auch. Echt so, Digga? Ja, alles klar. Bruder, Bruder muss los. Vor, vor paar, äh, letztes Mal hast du noch gefeiert, über die Musik. Und hast gesagt, oh, wie cool. Ah ja. Okay, Duell-Solo, ich das nicht. Nein, lass mal alles zusammen spielen. Das ist Nils. Das ist Scheiß-Mucke. Das ist Scheiß-Mucke. Ich wollte nur mal ausprobieren. Ach voll, ja. Ich wollte nur mal ausprobieren. Ich wollte nur mal ausprobieren, wo meine Boxen. Soll ich mal ein bisschen geile Mucke pumpen? Das ist ja... Ich wollte nur mal ausprobieren. Echt, Monika. Ich weiß nicht, dass du nur noch aufkommst. Wer ausprobiert ist, du siehst ja ne Diegel. Ich hoffe. Geh weg! ich hab nur ne diegel digga jetzt brauchst du hilfe er mir unten drin ist ein ich kann dir nicht helfen ich muss mich danke 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 jonas hat er eine waffe für mich wow digga jonas spiel ich doppel diegel nee warum ich hab nur diegel digga dann spiel ich doppel diegel dann ist besser als diegel den kill könnt ihr mir ruhig lassen ich hab kein leben digga ah nee jetzt hat er auch kein leben sorry ah ja da kommt ein gegner hier liegt ne diegel drin ich hab keine ich brauch mal kurz nen kill damit ich wieder ein bisschen live hab oh mein gott hier ist ja direkt keiner vor mir ab kann mir jemand helfen ja ich komm das war sowieso nur zwei wie viel hast du ne glas drei schuss in der waffe ja wow ich hab auch nicht grad mehr hat jemand hat jemand smg money für mich hat jemand smg hat jemand smg hat jemand smg bitte bitte hat jemand smg bitte bitte hat jemand smg ich kann dir auch noch diegel schuss geben niklas hier hier niklas für dich niklas liegt hallo hier hinten wie viele kills hast du naja hab ich selber kaum niklas tut ich hab 42 ich hab 35 leiji für 300 holz äh 325 holz oder so äh ne 225 entschuldigung wer möchte biggie komm her lass tildet lass tildet komm doch nach digga alles gut wir bereiten schon mal vor und so ich fahr doch nicht jonas jonas war schon mal tildet nein 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 lass nur mal ich zocken komm dir ja ja jetzt gerade eben aber bis die wieder da sind dann zocken wir wieder zusammen das tildet jonas lass ich tanke kurz ich guck noch kurz tanke tanke kurz ok jetzt machen wir eine kiste ich hab 42 ich hab 42 ich hab 42 storm 9 pump und 56 leichte alter ne ich find das so geil dass wenn man jemanden kickt dass man einen max dazu kriegt und lebt ja das ist richtig geil wie ein popup wenn fortnite wenn fortnite das raus macht ich schwöre es zocken nicht mehr viele fortnite nicht zu ich hab 42 ich hab 43 ich schwöre ich habe gerade eine 10er sensi gehabt so kurz Mit wem er stehe ich hier. Verpiss ich? Ja? Moritz! Was los nicht? Ich ruf Moritz und hab wieder ein 20er-Pick. Ja. Ah ja. Der denkt auch, der baut auch wieder um Mutti Seere. Ich versuch auch. Ja der, ey der. Schauber. Stark, Digga. Genau. Richtig viel, ich hab jetzt 400 kleine, 400 leichte Schuss, 400 AR und 700. Gib mal ein bisschen AR und ein bisschen Pump. Ich hab 5 AR Jonas. Pump noch bisschen, danke. Ey, gib mal AR ab, gib mal AR ab. Ey lass mal, lass mal, komm mal alle runter und lass mal alles splitten. Würde ich sagen. Ja lass mal alles. Ist jeder gleich weg. Ne, wir geben einfach, wir geben einfach einer Person alle Munition und dann macht der splitten. Nee, das ist scheiße, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist so leise, der 28. Nein, lass alle, lass jemand, lass jemand, lass jemand, lass, 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 lass. Dann ne, wir lassen. Boah, braucht jemand noch Sturmgewehr, braucht jemand noch Sturmgewehr? Braucht jemand noch Sturmgewehr? Ja. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Ey lass mal jetzt einfach so auf Watt und ziehs uns da einfach einfach hin. Wo? Hat jemand Sniper müssen? Nein. Ich hab 50. Jonas, hier. Komm her, Jonas. Jonas. Jonas? Ja. Hier. Nee. Nein, ich auch nicht. Ich will lieber auf Krebs gehen. Echt? So, Digga. Ich bin kein Season 2-Spieler. Ich bin kein Season 2-Spieler. Digga, wir hätten da die neue Pumpgun. Äh. Luka. Kann ich Reeple? Digga, ihr pumpt alle mit. Ich bin überall full. Jamie. Hier auf SO. Auf SO. Ey, wenn ich den gesnipet hätte, ich sag auf... Guck mal auf SO, auf S. Überall. Boah, ich seh schon kommen... Ich seh schon kommen, wenn wir die jetzt alle pushen, dass wir... ...wenn wir uns dann gut schlagen. Oh! Oh, der war hinter mir! Ihr wart doch! Ehre! Ehre! Hier ist noch einer! Ey, warum tötet der mich, Digga? Ich hab's schon gewusst! Guck mal, wie ihr wart! Hä? Wie viel sich das da? Ich hab's schon gewusst! Verpiss dich einfach, Niklas! Guck mal, wieso mich nicht... Ihr seht mich nicht! Ich sitz nur in nem Gleiters... Ey, Niklas, kannst du mich holen? Ey, Niklas, ich bin neben dir! Der feist es! Achso, wusste ich nicht, Digga! Digga, wie viel das waren! Jonas, hast du gesehen, wie ich dich mit dem... Einer einen NOSKIN hat voll gebackt, ne? Ja, ne? Bei mir auch! Der war bei mir in der Wand drin, ne? Ich so! Der NOSKIN war bei mir in einer Wand drin! Ey, Jonas, hast du gesehen, wie ich dich gerettet hab mit dem Snipe noch? Für kurze Zeit! Den anderen hätt ich auch treffen müssen, Digga! Ich so, ey, kann mir jemand helfen? Und ich snipe ihn so auf einmal so richtig hoch, zupf, so weg, war er, ne? Ah, ja! Ich hab noch ne Teammate von der... ...und finde ich mich einfach dreckigen Witzel... Oh! Achso, ich hab mir heute noch gar nicht den Job angestet... Ich guck mir den Job auch nicht mehr so richtig an, weil ich eh keine Bock hab! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Also, Level bin ich 123... Oh, dann... ...Klan ist Drachenmensch... ...Menschen... ...schreib ich den nochmal auf... ...und was war noch? Ach, der macht Audio? Oh! Oh! Was ist denn Level noch was? Ich hab nicht noch keinen Spaß! Was meinst du? Kratos bin ich 11... Ey, lass noch einen Schuss... ...und bin 23... ...äh, 123... ...äh, 123... ...äh, 123... ...und ähm... ...und Clan ist Drachenmenschen... ...großes D... Alter, ich hab Fettsinger, ne? ...und Drachenmenschen ist... ...großes D... ...er... ...kleines R... ...kleines A... ...CH... ...klein... ...N... ...und Menschenklein... ...nein... ...ich hör euch nicht, wenn wir zu laut sind... ...einen Schuss... ...einen Schuss... ...pstst... ...neee, ich hab keinen Bock auf Geld... ...Digga, was wollen wir aber einen Crate-Tip? ...was ist denn daran so cool jetzt? ...eine Wunde Turtle-Files... ...Nils, machen wir mal ready... ...Jonas, machen wir mal ready... ...In welcher Map, Denne? ...Wer denn? ...Macht mal Party... ...Macht mal Party auf Öffentlich... ...Warum? ...Schlaf nicht ein... ...Warum? Achso... ...ja, warte... ...erst mal auf 8 stellen... ...und Denne... ...ist öffentlich... ...Ja... ...Hast du noch eine? ...Macht mal... ...Was denn? Ich hab noch eine, ja... ...Ich... ...Aber mir ist eine Diegel drinne... ...Lass doch Niklas, lass doch so spielen wie gestern... ...Hey, hat Jonas nicht eine Turtle-Map? ...Ja, wir gehen einfach auf Jonas ein... ...Ja, würd grad sagen... ...Bei mir sind noch die... ...Aber, ich muss kurz die Map ändern, ne... ...nicht reingehen... ...So, dann lad mal paar Leute ein... ...Spiel die mal von euch Clash of Clans... ...Ja, ich spiel das... ...Echt? Ja... ...Wie heißt du? Oder welchen Klang bist du? Muss ich nachher mal gucken, kann ich dir schreiben... ...WhatsApp? Bei mir leckt das eigentlich... ...Bei mir auch nicht... ...Bei mir leckt das auch nie... ...Kann nicht mal die Pickaxe wechseln, Digga... ...Wie alle die Pickaxe nicht so schnell wechseln können... ...Dank, Digga... ...Mach dir halt ready, Jonas... ...Ich bin draußen... ...Welches Rathos bist du? Jamie, welches Rathos bist du? ...Vier, glaub ich... ...Nee, fünf... ...Ich glaube fünf... ...Und, bist du gut? Hä, wo ist das Kreativ-Cent? Ey, wo ist die Turtle-Map? Achso, sag das doch... ...Woll ich mal sagen welches Rathos ich bin? Ich bin Rathos... ...Elf? Hab... Hab... Ja... Ich öffne das mit Viereck, Digga... Hä? Geht's jetzt schon los? Hä, Digga, wie viel ist da drinne? Ja... Ach, ich hab die Ecke verlaufen... ...Ach, ich hab die Ecke verlaufen... ...Ach, ich hab die Ecke verlaufen... Ich hab die Ecke verlaufen... ...Ich hab die Ecke verlaufen... ...Ich hab die Ecke verlaufen... Ich hab die Ecke verlaufen... Wo sind die extra Lamos? So, hier... Man, ich hab jetzt ganz schön... Alter! Oh, Mann... Ich hab keine Fallen... Wo? Wo denn? Ich hab gar keine Fallen! Wie unfair! Darf ich auch Fallen haben? Gib mir mal... Ich hab keine Fallen, Digga, wie unfair seid ihr! Digga, was machst du denn, du dreckiger Onesos?! Hahahaha... Du Missgeburt, Digga... Jamie, komm mal her... Jamie, komm mal her... Du Missgeburt! Ihr braucht keine Fallen... Halt die Fresse, Jonas! Du dreckige Missgeburt! Nein! Wahrscheinlich! Bei dir nie, oder wie? Nein! Hängst du, Digga, ich bekomme nicht mal welche und ihr spielt mit Traps, Digga! Ja! Viel! Hä, warum? Wie behindert? Warum darf man jetzt nicht bauen? Ich kann mich nicht bewegen, ey! Ich hab aus... Wieso kann ich mich nicht... Wieso kann ich mich... Was macht ihr denn, ey?! Hallo! Warte, was hast du gemacht? Hey! Na klar, Jonas, du Pisser! Hä? Was soll ich denn gemacht haben? Ich kann mich genauso nicht... Ja, ich bin jetzt gelapstet... Warum, Digga? Baun ist doch viel geiler! Ja, wirklich wahr! Gestern seit du warst nicht geiler... Letztes bei... Wurzest du nicht, ja... Wahrscheinlich zauere ich mich denn nur, wenn man... Weißt du nicht, was... Nein, die sind nicht glatt, oder wie? Bei mir sind das... Wieso lecken das? Ich kann nicht... Ich kann mir die... Ich kann mir die... Ich kann die Waffe nicht aufheben... Es ist wie so ne Schutzmann hier drum... Versteh ich nicht... Wie, geht hier irgendwo noch ein Grabbler, oder so? Uff, Digga, ey! Wer playst denn hier Fallen, Digga? Was wollt ihr? Digga, Niklas ist auch ein dreckiger Hundeson... Jonas gibt keine Fallen... Und Niklas sagt, wir machen ohne Fallen... Aber macht's selber! Ich hab's gesagt, ohne Fallen! Ja, aber Niklas auch! Pisser, Jonas, ey! Du hast mir gar keine Fallen gedroppt! Ich habe keine Fallen! Digga, wie unfair seid ihr, Digga! Eure plays, Digga! Wie unfair! Guckt doch mal was... Man, jemand hat keine Fallen... Ihr seid so ne dreckigen Hundesöhne! Ich pick eure Mutter! Wieso... Wieso plays denn Niklas welche? Jetzt bekommt doch noch einen Ghosted! Der spielt da oben! Oh... Oh nein... Nee, kann ich nicht, du Pisser! Ist mir auch egal, du Schwuchtel! Pisser! Das ist ja genau der richtige Digga! Das ist ja genau der richtige Digga! Nee, kann ich nicht, du Pisser! Ich hab's nicht gehört! Ich fand Silvester witzig! Schuhlachrasse... Weiß die noch? Wir sind so verstecke! Niklas und Ratte werden sie gefunden, weil wir das abschuldige Wünfeufersteck haben, ne? Und dann ist Niklas... Digga, wir sind gar nicht wie nicht wohnen! Und was, sagt Niklas? Nö, ich hab's gebrochen, ne? Jetzt kommt eine hässliche Lache wieder! Ich hab's im Dunkeln wahrscheinlich gewinnt! Digga, ich hasse... Nee, das war... Aber ich fragte mich hier aus! Der Bruder muss los! Das war jetzt zwar Jonas, aber trotzdem, ich hasse Niklas! Ich spiel nie wieder mit dem Juno oder irgendwas! Können wir nicht spielen, ich bin entspannter! Was können wir spielen? TTT Ja, ich will das nicht spielen, Digga, das ist behindertes Spiel! Warum denn nicht das... Ja, ist wirklich so... Spiele fast jeder! Nee, ich will das auch nicht können, Digga! Und wenn Niklas mal mitspielt, dann will ich schon rechtlich mitspielen! Ahja! 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 Da hat er aber auch einen dicken No-Scope bekommen! Ahja! Ahja! Ich hätte den No-Scope getroffen, sonst weg vom Fenster! Ahja! Da hab ich dir die Ehre genommen! Wow! Wer ist ein Partyhaus? Ja, wenn ich wohin schaue, kann ich doch nichts dafür, Digga! Ich hasse Niklas! Niklas! Ich hasse Niklas! Ich frag mich nur, wo mein Ex-Control ist! Da war Dolce's hat und alles drin! Ja, wahrscheinlich nicht! Ich frag mich nur, wo mein Ex-Control ist! Da war Dolce's hat und alles drin! Und ich frag mich nur, was das Ding ist! Ich hab' in die Nähe! Ich hab' in die Nähe! Und ich hab' in die Nähe! Ich hab' in die Nähe! Und ich hab' in die Nähe! Klasse Niklas, wow. Ich fahr hier runter, oh. Verpest dich doch! Er bekommt 140 Damage, Digga. Huch. Niklas dreckiger Abstauber. Da hat er wieder einen No-Scope bekommen. Haha, verdient du Pisser. Ich find das so geil, deswegen mag ich so nur Geld. Warum? Wegen die Beleidigungen? Alle beleidigen. Juckt mich nicht. Ich kann die Nut nicht aufheben! Ah, danke. Die würd ich gern noch haben. Ey, mir fehlt noch eine. Wo ist die? Ah ja, da ist noch eine. Ey, gib mir doch die Sniperle. Mann, die regnen voll die Snipern nicht runter, wie so ein Pessack. Wer schaut denn da mein Stream? Meld dich. Ah ja, alle Sniper-Schüsse haben mich getroffen. Digga, Niklas denkt auch, der ist was cooles, Digga. Niklas ist ne Schwuchtel. Was? Niklas hat seinen ersten No-Scope 2019 getroffen. Uh! Ah ja! Sein 2. No-Scope 2019. Unterholen sich xx. Die Rate 1905xx. Uh! Spannender Pfeil. Halt die Fresse, Niklas, Niklas. Ne, wahrscheinlich mach ich mit dir ernst. Ich spiel nicht mehr mit dir. Bei dir mach ich jetzt bestimmt nicht mehr ernst, Digga. Die kann man nicht mal ernst nehmen. Niklas, jetzt gib mal Ruhe und geh mal deiner Pfeil. Jetzt gib mal Ruhe, Niklas. Und geh mal deine Schamhaare wieder weiter rasieren. Und danach können wir weiter reden. Hey, wir waren letztens zur Feuerwehr mit Lieven, Timmy und so. Waren wir so schwimmen. Und dann war da so ein richtig langes Haar. War da so ein richtig langes Haar so im Schwimmband. Und Timmy so, wir hatten hier so lange Schamhaare. Mann, dieses Game. Oh, ich bin so einer Schamhaare. Oh, du siehst das ein. Hä, ich... Ich weiß nicht, wie man diesen, äh... Diesen Häkling mit Tangled Skinner... ...Leveler. Was für'n Ding? Ich komm mal! Ja, die sind rausgezins drin. Die sind rausgezins drin. Ja, die sind rausgezins drin. Ah ja! Ja, ich weiß auch nicht... Ich komm her. Hast gemerkt! Jene, du kommst. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das Digger? SUCH! Oh! Nein! Nein! Ohhhh, let's gooooooo Heeeey bitte, game! Ich hab meinen dritten Kill geschafft, Jonas. Ich mach die ganze Zeit einfach nur No-Scopes, Digga. Ich baue ihn jetzt hin. Wir haben mich wieder versucht zu No-Scopen. Oh, roter. Oh, das war sick. Wer denn? Oh, was? Komm mal, war der noch? Ich hieß dich aber nicht auf, was hat der gemacht dann? Ey, der ist einfach so, die Turf ist falsch. Das ist aber kein Turf ist heiß, ne? Nein, nein, ich meinte ja, äh, wie Turf ist. Oh, ich schieße sie von ganz oben. Ja, der connectet aber nicht viel. Oh. 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 Lass doch nur auf dir, Jonas, lass doch nur auf der Ebene bleiben. Dann können wir doch rechtshörig halt machen. Oh. Oh. Wen hab ich da grad gesniped? Also versucht zu snipen. Der ist dort! Der ist mit dem Fuß gelandet. Jonas Kopik nochmal. Ey, ich treff nur hinten am Rücken. Ah, Digga. Was baut ihr denn da? Digga, was baut ihr denn da? Oh, hättest du den nicht getötet, hätt ich den getroffen. Ne, ich bleib jetzt hier oben. Uuh. Oh, ich treffe ihn mir runterziehen. Sie war alles ab, ich glaube. Haha. Aha! Aha, Davy! Digga! Oh. Oh. ich will hier hoch ich will hier hoch ich will ich will auf dem ich bin auf dem metall oben abo weiter scheiße ich probiere was ist besser recht so habt ihr den äh, den Streit mitgeschüttet zwischen mir, was uns gehört. Das hat sich Nika schon einen Tag gefragt. Hä? Jonas! Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich bin mir alles geklippt für Fortnite-Range. Warum sind du mir ein wenig mit dem? Ah ja, Digga. Was ein ohne ihre Mann, Digga. Dir wird direkt erstmal Mod weggenommen. Mir ist scheißegal, Digga. Den Mod wirst du auch nie wieder bekommen. Ehre. Hä? Weil ich Public spiel, ich hab keinen Bock mehr auf Kreativ, Digga. Kreativ ist behindert, Digga. Ich hab keine Chancen da, Alter. So wie ich. Ja, Digga. Hä, sagt der größte Noob. Ah ja. 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 Ja, genau. Wahrscheinlich, Digga. Was ist denn dein K-Rekord, Jonas? Fünf. Wie? In der K-Rekord? Digga, mach erstmal einen K-Rekord. Mach erstmal einen K-Rekord, ja. Was ist denn dein K-Rekord? Was ist deiner? Nein, sag mal. Na, meiner ist 17. Ja, und, juckt mich? Nicht. Hä, den K-Rekord hat vielleicht deine Mutter gemacht, aber nicht. Doch, Digga, ich hab's sogar auf Video, aber scheiß drauf, ne? Ich lass mal was Wul spielen, Digga, ja. Ich hab's gut. Ja, ich hab's gut. Wer ist den. Internationale, die Mutter von uns. Ich hab's gut... A-Ha! Ich hab's gut... ...die imprison, die Kinder... Ich hab's gut, das ist... Okay, ich hab's gut. See, du bist so gut. Ich hab's gut... Tja, warte mal... Ich hab's gut... Du, dich lass mal's gut spielen, Digga, ja? Ich hab's gut. Ich hab's gut. Du, du... Ich mache jetzt Aufgaben. Habt ihr die Dings fertig? Battle Pass? Ich mache Battle Pass fertig, dann wechsle ich Account. Habe ich andere Skins oben? Ich gehe auf Apokalypto-Rate-Account. Was? Nein, bist du behindert? Digga, da ist nicht nur Battle Pass drin, Digga. Da ist noch Twitch Prime mit dabei. Da ist noch ein paar Sachen vom... Da ist noch ein paar Sachen vom... Also, liebe Stranger und so ein paar Sachen davon. Der ist schon noch... Von wem ist der Fall drin? Tja, da ist halt noch dieses Ärzte-Set mit dabei. Äh, dann halt Season 3, wenn ich passt, bis Season 7. Und sonst weiß ich nicht, was halt da nach oben ist. Davy, was ist mit der Frau? Na, diese Ärzte-Frau Skins da. Von wem ist der Account? Von Sigi. Von wem? Von Sigi. Warum ist der Apokalypto-Rate? Weil, ähm, der hat mir... Das ist ein PC-Account. Und der hat mir den gegeben. Und wenn ich damit auf PS4 spiele, ähm, hab ich ihn mit einem anderen PS4-Account bei mir angelockt. Und da hätt ich halt Apokalypto-Rate. Ich zeig dir gleich Jonas, wenn ich, ähm... Wenn ich... Jonas, wenn ich meine Aufgaben fertig hab hier, dann geh ich auf den anderen Account, dann... Ich kriegst du's ja. Ich kriegst du's ja. Ich kriegst du's ja. Ich kriegst du's ja. Woah! Woah! Ich kriegst du's ja! Wohlen, der hat vielleicht zu 50 Meter Snack. Äh, wohlen, was ist das denn? Das ist der Fische. Komm runter und lass den Bauch reinmachen. Wie ist die? Ganz unten. Es ist so schön, dass es so schön ist, dass es so schön ist, dass es so schön ist. Moritz! Moritz! Ich hab noch Niklas, ich hab 800 Duffing, ne? Meiner ist auch nicht so besser. Was? Ja, Digga, es war vorhin um 8, ja? Mittlerweile ist es jetzt gleich um 10. Na gut, um 9.30 Uhr ist es jetzt, ja? Wahrscheinlich geh ich jetzt noch zur Tanke, Digga. Da fährt meine Mutter morgen so einkaufen, äh, da fährt meine Mutter... Na, einkaufen geht's nicht, aber... Da fährt meine Mutter morgen so weg und dann so... Fährt sich so tanken, weil Tank leer ist, weil ich hab... Vorhin im Auto saß, da war sowieso nicht mehr viel drin, ja? Und dann fährt sich so tanken, ja, ihr so... War gestern noch ganz spät abends, so gegen 10 oder so an der Tagestelle. Dann krieg ich jetzt mal voller Frisse. Wenn ich... also, ich würd's mit der Tanke durchziehen, aber dann müsste es Tag sein, dann würd ich's machen, ja? Aber nicht in den Arm, Digga. Ich muss überhaupt erstmal froh sein, dass ich überhaupt mal länger zocken darf wie ne Stunde, Digga. Aber Jonas muss ja auch von Montag bis Sonnabend auf... Aber Jonas muss ja auch von Montag bis Sonnabend auf... Ah ja, was... Geht bei dem Mikro ab... Ey... Nein... Jonas? Ich weiß nicht, ob ich's dir schon erzählt hab, aber... Kennst du Justin Hase? Nee. Nicht? Ist so ein Zehnklässler... Ist so ein Zehnklässler, ein richtig hässlicher. Justin Hase, Digga. Ich schwör, der heißt so... Ich schwör, der heißt so... Der ist richtig hässlich und der ist mit Annalena zusammen. Die haben sich letztens geküsst. Was haben die? Die haben sich geküsst? Wer? Justin Hase und Annalena. Was? Ich hab nie mit ihm geküsst. Doch das schon, bloß der ist extrem hässlich. Darum ging's mir jetzt. Justin Hase. Justin Hase. Justin Hase, Digga. Es tut mir leid, der Boy, ne? Kann man sinken. Oh, scheiße. Annalena. Justin Hase. Wie heißt du so? Justin Hase. Jawoll. What's your name? Wie ist das so, wie's mit abgeht im solchen Hase? Mensch, mein... Nee, 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 dann heißt es Annalena... Hör mal zu, hör mal zu. Dann wird... Nein, wenn... Wenn die denn wirklich so mit in dem Bett ist oder so, dann würdest du nicht sagen, haha, Justin Hase oder so. Die wird sagen, na mein Häschen. Na, mein Häschen. Du bist fit. Digga, der wird... Der wird zu sagen. Nein. Digga, der wird zu sagen. Der wird zu sagen. Na, alles klar, Bea? Alles fit im Schritt? Ja, der hat bestimmt so so einen kleinen Schwanz in diesem Hase. Lami! So eine kleine, so eine kleine. Oder kennt ihr dieses YouTube-Video? Kennt ihr diese kleinen Kinder? Die sind immer richtig frech. Halt die Frasse, ich bin nicht frech und kriegst deine geklatscht. Da die... Ne? Äh, die Freundin... Die sind nicht aus die Klasse? Und da waren... Witzig so... Welche? Irgendein Computerraum, ne? Die waren 6 oder so. Und die sagten erst so zu dir... Na, du alte Fotze! Du bist ne Fotze! Fotze! Wahrscheinlich, Digga. Dann hat sie das auf Google über das eingegeben und dann hat Google über das auf der die ganze Zeit Fotze gesagt. Araya! Oh mein Gott! Oh, was hat jeder dazu gesagt? Mhm. Das ist nichts. Doch, die hat dann gesagt, äh... Araya! Ja! Ja, der ist wohlfeilig, Digga. Der hat Bart wie so'n Opi! Ja, der hat... Ich schwör, der hat Bart wie so'n Opi! Ey, ich geh mal gucken! Der hat so Bart wie Opi! Huuu! Huuu! Schreibt mal rein, wer gerade im Stream ist! Ich wechsle kurz Account, ähm... Lässt ihr mich denn in Party rein? Ja! Macht ihr wirklich? Ja, ich hab dich ja heute freuen! Okay, aber zieh wirklich durch, bitte! Da kann ich auch sagen, was auf dem Account rum ist! Bis gleich! Ah ja! Ah ja! Ich kann dich quitten wegen Live-Übertragung! Ah ja! Also jetzt, danke! Bis zum nächsten Mal!